Wie die Zeit vergeht, wir sind schon im vierten Teil dieser Hetzner Cloud Serie, dass wir hier unsere Fritzbox per VPN mit der Hetzner Cloud verbinden und uns unsere eigene Cloud Infrastruktur aufbauen. Ich habe extra mal, muss ich gerade dazu sagen, mal zwei Wochen mal Zeit ins Land vergehen lassen, um einfach mal die Kommentare von euch zu sehen. Was wünscht ihr vielleicht noch? Was habe vielleicht ich auch vergessen? Was möchtet ihr unbedingt nochmal sehen? Und ich habe dabei festgestellt, ihr braucht auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Netzwerkthematik, wenn es um den Host geht, gerade auch um diese ganze Netzwerkthematik so ein bisschen zu vertiefen. Deswegen gehen wir nämlich jetzt hin und bauen jetzt hier diesen Docker Host mit PyHole einfach nochmal neu. Der Docker hatten wir ja noch gar nicht installiert, aber da geht es jetzt nochmal darum, wie fixiere ich diese Route. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal ausgelassen. Genau da geht es jetzt weiter. Wir gehen jetzt hier ganz normal in die Hetzner Cloud und sagen einfach Server hinzufügen. Wir sagen auch dieses Mal einfach, komm, lass einfach mal in Helsinki stehen, ist ja in Ordnung. Wir installieren einen Debian, wir installieren hier die zweite Kiste einfach mal. Netzwerk haben wir ja gelernt. Wir brauchen nur noch das private Netzwerk. Wir wollen gar keine öffentliche IP-Adresse. Machen wir ja alles über die PFSense. Wir nehmen hier mein SSH-Key, Volume, Firewall, Backup, Platzierungsgruppen, Label, lassen wir alles frei. Cloud-Indic-Konfiguration. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das könnte man natürlich auch nehmen, um diese ganze Netzwerk-Thematik nochmal zu fixieren, um den Host-Namen zu setzen, vielleicht sogar in den SSH-Key einzuspielen. Da gibt es ganz viele Sachen, was man mit Cloud-Init halt eben machen kann. Das Schöne bei Cloud-Init ist natürlich, der macht das alles, bevor das Betriebssystem ja so wirklich hochgefahren ist und ändert halt eben die kompletten Konfigurationen. Und das System startet dann halt eben mit dieser Cloud-Init-Konfiguration. Ich finde aber, das Ganze ist immer so ein Blindflug. Also Cloud-Init ist super, keine Frage. Gerade in Cloud-Umgebung ist das mit Sicherheit super. Doch denke, für euch da draußen ist es einfacher, wenn wir diese einfache Netzwerk-Konfiguration plane einfach in der Datei jetzt gleich machen und das Ganze einfach jetzt bootsicher machen. Name ist in meinem Fall hier völlig egal. Also sagen wir einfach kostenpflichtig erstellen. Die Kiste bekommt jetzt gleich eine IP-Adresse, fährt hoch und dann werden wir mit Sicherheit in wenigen Sekunden per Putty da drauf kommen. Wo ist mein Putty? Da haben wir mein Putty-Fenster. Wir kopieren uns hier einfach die IP-Adresse ab ins Putty-Fenster damit. Jupp, der Server ist da. Einfach einloggen mit root. Mein SSH-Zertifikat ist auch angekommen. Wunderbar. Jetzt stehen wir da, wo wir beim letzten Mal halt eben auch standen. Wir können jetzt hier fleißig durch die Gegend pingen. Die Kommunikation ist da. Das Einzige, was jetzt nicht da ist, wie wir im letzten Video gesehen haben, hatte ich ja per Hand die Default-Router eingerichtet. Und das müssen wir jetzt einmal hinterlegen, dass der das bei jedem Neustart natürlich einmal macht. Zusätzlich gab es keine Nameserver. Auch da können wir kurz reingucken in die etc. resolve.conf. Da steht ja nicht viel drin. Das heißt, wenn wir irgendwie die Paketquellen updaten und upgraden, haben wir halt eben keine Verbindung, weil er keine Nameserver hat. Ein und demselben Problem geben wir jetzt einfach an die Wäsche. Wir gucken jetzt einfach mal an, welches Interface wir hier benutzen. In unserem Fall ist das ENP7S0 und werden das jetzt einfach hier bei Debian in unserer Networking-Interface-Datei einfach abhandeln. Also gehen wir da rein, etc. Network Interfaces und da fügen wir jetzt einfach die zwei, drei Codezeilen hinzu, damit wir wirklich die Default-Route und den Nameserver einfach dahinter liegt haben. Es ist total einfach. Also Auto ENP7S0, E-Face ENP7S0, E-Net und dann sagen wir hier DHCP, denn wir wollen ja unsere IP-Adresse weiter über DHCP erhalten. Und jetzt kommt The Magic und der Befehl ab. Und da setzen wir jetzt unsere Route an. IP-Route. Was passiert bei ab? Bei ab passiert im Endeffekt, wenn das Interface hochgefahren ist, wenn das Interface hochgefahren wird oder wie auch immer da ist, geht er hin und setzt dann diesen Befehl, den wir jetzt dort hinzufügen, einfach nochmal ab. In unserem Dem-Falle einfach IP-Route-Add und er fügt die Default-Route hinzu. Die fügen wir jetzt da ein. IP-Route-Add-Default-Wire-10100-0.1. Ihr habt es hoffentlich gelernt. Jegliches Gateway ist immer das Gateway von der Hetzner-Cloud. Das Thema haben wir auch erledigt. Was haben wir noch gesagt? Wir wollen noch den DNS-Nameserver. DNS-Nameserver. Wir nehmen jetzt hier einfach Cloudflare und damit ist unsere Konfiguration erstmal vollends erledigt. Einmal Speichern, einmal Exit, einmal Gegenkontrolle mit IP-Route, dass wir keine Default-Route hier unten irgendwie drin haben. Jetzt können wir natürlich neu starten oder können auch einfach sagen System Control Networking Restart. Machen wir das einfach mal. System Control Network oder Restart Network. Ich weiß das gerade nicht auswendig. Network. Restart Networking Services. Wir gucken rein. IP-Route und schon haben wir hier eine Default-Wire-10100-0.1. Aber ganz ehrlich, lasst uns auf Nummer sicher gehen. Lasst uns hier einfach wirklich mal einen Reboot durchführen. Wir warten einfach mal ein paar Sekunden und dann kontrollieren wir, ob die Nameserver da sind und ob die Route da ist. Ich würde sagen, die paar Sekunden sind vergangen. Wir klicken mal auf Restart, locken uns wieder ein, sagen IP-Route und wir haben eine Default-Wire-10100 standardgemäß auch nach der Installation verfügbar. Das heißt, wir kommen ganz normal wieder ins Internet rein. Auch da jetzt Gegenkontrolle, etc.resolve.conf gucken wir rein. Hier haben wir jetzt unseren Nameserver 11111. Und jetzt machen wir kurz die Hauptkontrolle. Einfach nur ein Update. Ihr seht schon, es ergibt ein paar Pakete. Das heißt, wir kommen ins Internet, wir haben einen Resolver und das komplett automatisiert, ohne dass wir jetzt hier nachher bei jedem Neustart noch irgendwas machen müssen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Software über. Da gibt es nämlich auch ein, zwei, drei kleine Finnigkeiten, die man sich nochmal so ein bisschen anschauen muss. Wir installieren jetzt erstmal in erster Linie einfach Docker oder war das Docker.io? Ich weiß es gar nicht mehr. oder Docker-Compose. Wir installieren einfach mal alles. Er will uns schon anmeckern bzw. das richtige installieren. Und dann können wir uns um unseren Piehole-Container einfach kümmern. Ab sofort sollte er dann ja sowieso ganz frei. Ich weiß nur eins, in diesen Cloud-Maschinen gibt es ein Paket namens AppArmor, wo wir jetzt gleich AppArmor-Utils nachinstallieren müssen. Sonst gibt es eine Fehlermeldung. Ich mache es jetzt extra nicht vorher, damit wir auch die Fehlermeldung jetzt gleich wirklich sehen, dass die halt eben auf die Nase fällt. Aber irgendwas müssen wir da machen. Das hat irgendwas mit dem rechten System auf diesem vorkonfigurierten Linux zu tun. Unser Docker-System ist fertig. Das heißt, wir können das auch einfach testen mit einem Docker-Run-Hello-World. Und jetzt kann das sein, dass er uns hier schon die Fehlermeldung vielleicht direkt ausgibt, weil er den Docker-Container nicht starten kann. Da habt ihr es. Wie ich eben sagte, AppArmor-Enabled-on-System. Wie gesagt, ich kenne mich selber nicht so tief aus mit AppArmor. Ich weiß nur, es hat etwas mit einem rechten System zu tun. Und wenn ich da noch richtig liege, müssen wir einfach nur sagen, AppArmor-Util. Das installieren wir einfach hinterher. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Paket heißt. AppArmor-Util. Irgendwie so heißt dieses Paket, was wir nachinstallieren müssen. Da Utils natürlich. Das ist wie immer, wie es ist. Und wir installieren das Paket einfach nach. Und dann sollte er uns nicht mehr dazu anmeckern, wenn wir halt eben hier sagen, Docker-Run-Hello-World. Das Einzige hat er wunderbar gemacht. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Docker-Umgebung, unsere Docker-Container ganz normal starten. Aber wie gesagt, das ist einfach so eine kleine Finnigkeit. Da muss man einmal drüber gestolpert sein. Und dann weiß man das aber auch. Und dann läuft das Ganze auch einfach durch. Ich würde sagen, wir gehen über zum Piehole. Dafür gibt es natürlich die ganz normale Docker-Page. Das ist sehr, sehr klein. Ich mache es euch mal größer. Wir nutzen jetzt hier einfach das Docker-Compose-File. Wir könnten das auch alles selber machen. Oder über Portena ausrollen. Und dann alles zusammenklickern, was eigentlich meine präferierte Variante ist. Das hier ist jetzt einfach eine Copy-Paste-Lösung. Ihr könnt das natürlich auch tun. Da spricht überhaupt nichts gegen die Docker-Compose-YAML-Lösung. Ist nur nicht immer meine präferierte Lösung. Ich klicke mir das alles immer lieber so ein bisschen selber zusammen, als ich das hier in diesem Docker-Compose-File runterwurstel. Also ihr müsst nichts weiter machen, als euch dieses Ganze hier einmal wegzukopieren. Und das Ganze muss einfach in eine Docker-Compose-YAML-File rein. Was wir einfach hier mal erstellen. Docker-Compose-YAML-Datei. Wir fügen das Ganze einfach ein. Und ihr könnt natürlich jetzt hier hingehen, die Time-Zone ändern. Ihr könnt das Ganze hier mit diesem Web-Password natürlich noch auskommentieren, nennt sich das Ganze ja. Und hier einfach ein Passwort reinschmeißen. Test 1, 2, 3, 4 Ausrufezeichen. Und damit seid ihr auch schon fertig, weil die restliche Konfiguration steht hier einfach drin. Gut, wir speichern einfach die Datei. Einfach mal speichern. Und dann sagen wir Docker-Compose ab minus D. Im Endeffekt für Demon, damit die ganze Scheiße im Hintergrund läuft. Und wir starten einfach mal das Piehole. Jetzt passiert nichts anderes, dass die ganzen Docker-Pakete heruntergeladen werden, entpackt werden und dann letztendlich wird der Piehole gestartet. Jetzt habe ich mich gerade selber gefragt, heißt das der Piehole, die Piehole, das Piehole. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Hier steht dann, das sieht gut aus. Wie kontrollieren wir das? Docker-PS-A. Wir sehen, alles klar. Das ist unser gestorbener Hello World. Das ist unser Hello World, der eben erstellt worden ist. Und hier oben läuft ganz normal unser Piehole. Und der lauscht auf Port 53, UDP, 53, TCP und Port 80 und Port 67. Das ist halt für DHCP. Brauchen wir in unserem Falle nicht, hätten wir sogar entfernen können. Aber Port 80 wissen wir jetzt, der lauscht da drauf. Das ist wunderbar. Dann Browser aufmachen. 10.100, 0.3, slash, admin. Das ist immer die Admin-Oberfläche unseres Pieholes. Also, Piehole-Star, Test 1234, Ausrufezeichen und wir sind hier ganz normal im Piehole eingeloggt. Jetzt muss ich selber ganz, ganz tief überlegen, weil ich nutze schon lange, lange, lange kein Piehole mehr, sondern Edgard oder ich habe noch ein Piehole laufen, aber da war ich in Ewigkeiten nicht drauf. Ich weiß noch, unter DNS gehen wir jetzt sicherheitshalber hin und sagen hier einfach Per mit All Origins, damit wir halt eben sagen, alles klar, höre bitte auf alle Interface, wenn irgendwelche DNS anfragen können. Ihr könnt euch natürlich jetzt hier aussuchen, welchen DNS-Server ihr wollt, Cloudflare, Google und so weiter. Könnt ihr euch alles aussuchen und dann sagen wir die ganze Kiste einfach mal Save, damit wir auch sicher sind, dass alles da ist. Im Dashboard sehen wir natürlich nichts, das werden wir uns jetzt gleich mal ändern. Nein, in der Zwischenzeit kamen ja scheinbar doch schon irgendwelche Queries. Wie können wir das Ganze jetzt testen und wie richten wir das Ganze jetzt final ein? Lass uns jetzt das Ganze einfach mal testen, so wie man es halt eben auch einfach mal ausprobieren sollte. Wir nehmen einfach unsere Windows-Kommandozeile und sagen einfach mal NS-Look-up. Jetzt gehen wir einfach mal hin, IPv64.net und fragen dann unsere Nameserver an, in unserem Falle die 10100.3. Fragen wir einfach mal an. Wir bekommen zwei IP-Adressen, klar, eine V6-Adresse und eine V4-Adresse zurück. Und ihr seht schon hier im Hintergrund Total Queries 16. Das heißt, hier oben wird wirklich komplett angefragt, IPv64.net. Also unsere Anfragen kommen an, unsere Anfragen werden bearbeitet, unsere Anfrage wird zurück zum Client gesendet. Das heißt, wir haben jetzt ein Pyhole in der Cloud laufen über unsere VPN-Verbindung. Das heißt, jetzt stellt mich die letzte Frage noch, hm, okay, das ist ja schon eine ganz coole Idee. Jetzt brauche ich ja entweder nur hier bei mir im PC diesen Nameserver einrichten oder halt eben vielleicht sogar global in meiner Fritzbox. Da müsst ihr euch jetzt eine Frage stellen. Ihr könnt jetzt nicht einfach, wenn ihr nicht alles über diese VPN-Leitung prügelt, könnt ihr nicht einfach hingehen und eurem Heimnetzwerk jetzt allen diesen DNS-Server verpassen. Die kann das halt leider nicht anders. Das ist halt eben so. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal hingehen und trage hier an meinem PC in meiner Netzwerkkonfiguration diese 10.100.03 ein, sodass zumindest mein PC jetzt erstmal, der ja über diese VPN-Strecke geht, den Nameserver vom Pyhole in der Cloud benutzt. Ich habe das Fenster für euch schon mal aufgerufen, dann müsst ihr nicht lange warten. Wir gehen jetzt hier hin. Protokoll-Version 4, sagen Eigenschaften Nameserver 10.100.03. Drücken einfach mal auf OK, Sache speichern und dann sollten wir hier ganz normal drin sein. Und dann sollten wir jetzt ja auch, wenn wir NS-Lookup machen, benutzt mein PC jetzt ja, der ausschließlich hier über diese Kiste drüber geht, sollte der jetzt ja auch ganz normal diese Webseite ganz normal darüber auflösen. Also NS-Lookup-Hetzner.de Wir kriegen sofort eine Antwort. 88, 198 kann Hetzner uns jetzt ja selbst beantworten, aber wenn ich hier schon so eine kurze IPv6-Adresse sehe, funktioniert das Ganze natürlich gut. Gegenkontrolle im Query-Log, da haben wir es. Hetzner.de und dann können wir das Ganze auch hier nochmal kontrollieren. Wir gehen einfach hier nochmal auf Hetzner.de. Wunderbar, Seite kann er auflösen. DNS-Auflösung funktioniert. Auch hier jetzt nochmal Gegenkontrolle, da wird er jetzt mit Sicherheit, halt, da seht ihr schon hier, Content-Autofill, Google-API, WPAD, das ist was anderes, Matomo-Hetzner.com, oh, Matomo.Hetzner.com, da müssen wir mal nachgucken, was das ist. Eine Sache, die natürlich auffällig ist, ist hier, dass der Client 10100.02 kommt. Das ist natürlich die PFSense, worüber wir halt eben dieses ganze Nothing machen. Deswegen tauchen hier nicht die IP-Adressen jetzt auf von meinem PC. So, was soll ich euch sagen? Wir sind im Endeffekt fertig. Ihr könnt jetzt natürlich auf dem Docker-Host natürlich noch viele weitere Sachen hosten. euer Bit worden und was auch immer ihr alles hosten wollt, eine Grafana-Umgebung. Ihr kommt ja jetzt wirklich immer über dieses Tunnel-Netzwerk an eure Maschinen mit ran. Ich habe euch gezeigt, wie man eine neue Maschine ausrollt, wie man da zumindest einmal das Netzwerk fixiert, sodass man nichts mehr tun muss. Jetzt kommen große Geister. Ich habe auch irgendwo in der Netzwerk-Configuration, ach, in den Kommentaren auf den Videos mal gelesen, Docker arbeitet da mit einer MTU-Size von 1500 automatisch und in der Cloud haben wir eine MTU-Size von 1450. Ich habe da keine Probleme bisher gefunden, deswegen habe ich es euch jetzt hier nicht gezeigt. Denkt aber mal dran, falls ihr irgendwelche Probleme habt, dass ihr vielleicht einmal ein bisschen rumgoogelt mit der MTU-Size von der Docker-Maschine in der Cloud. Ich will es nur einfach einmal gesagt haben und jetzt der kleine Ausblick, was wir im nächsten Video tun werden, weil das ist auch nochmal für viele von euch da draußen eine ganz, ganz wichtige Sache, denn viele von euch haben vielleicht sogar schon eine dedizierte Maschine und wir werden wirklich zwischen unserer Cloud-Infrastruktur, also unserer kompletten Cloud-Infrastruktur, werden wir jetzt eine hetzende interne V-Switch-Verbindung aufbauen, vielleicht zu deinen bestehenden dedizierten Servern, so dass wir wirklich nicht nur uns in der Cloud bewegen, sondern halt eben vielleicht, ich übersetze jetzt einfach mal in der Hetzner-Cloud und dafür benutzen wir einen ganz normalen V-Switch und wir können dann unseren dedizierten Server mit in unser Cloud-Netzwerk reinhängen. Das heißt auch, wir können unseren dedizierten Server natürlich hier direkt über unsere Kiste ganz normal erreichen und das heißt, wir haben dann wirklich das komplette Hetzner-Netzwerk miteinander verbunden und komplett erreichbar gemacht über unsere Fritzbox. So viel zumindest zum Ausblick, aber das alles im nächsten Video, bis dahin, macht's gut, ciao.